Und die Currywurst von Curry King am neunten Tag. Ja, ich kann es nicht glauben, aber hier ist wirklich immer noch nichts zu sehen. Dies bedeutet, auch am neunten Tag riecht die Currywurst immer noch ziemlich lecker. Sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Und theoretisch könnte man sie noch essen. Also ich würde sie jetzt aber nicht mehr anrufen.